Guten Abend zu unseren Soccer-Fans rund um die Welt. Heute kommt es euch aus dem Ruhr-Stadion in Bochum. Mit Blau und Weiß geschmückt und bei der Rhymne einzulaufen und dieses Stadion zu sehen, das war schon jetzt noch Gänsehaut. Wir dachten, jetzt ist halt der Favorit vorne, aber so wie werden die Woche mal erkennt, wir geben nicht auf. Und gerade auch zu Hause, wenn man dann so eine Unterstützung erfährt, gibt man einfach alles bis zum letzten Tropfen. Und ja, wie das Spiel dann auch so, die Dramaturgie des Spiels, wie das sich aufgebaut hat, dass Schalke wirklich ganz oben stand. Und ich glaube, mit einem Sieg wären sie wirklich so gut wie durch gewesen. Und wir haben eine sehr gute Rückrunde auf jeden Fall gespielt. Das waren Voraussetzungen, das kennt man so gar nicht. Natürlich gehört auch immer ein bisschen Spielglück dazu, aber wir haben das Spiel dann noch in der ersten Halbzeit gedreht, durch Tore von Nesimovic und Teofanis war das. Und ja, diese Atmosphäre dann, das ist ja jetzt auch schon wieder ähnlich in diesem Stadion. Und das ist einfach ein unfassbares Stadionerlebnis, zurzeit hier auch zu sein. Und ich sage immer gerne, dass wir hier ja jedes Mal in Überzahl spielen. Das Publikum ist für uns ein Überzahlspieler. Das ist unser bester Neuzugang, den wir haben. Und ich glaube, dass wahnsinnig viele Respekt haben, hierher zu kommen und diese Atmosphäre hier aufzusaugen. Und jedem, den ich kenne, der von außerhalb kommt, sagt, das ist wirklich ein Erlebnis. Ich weiß noch, als der Schusspfiff ertönte, sind glaube ich alle nur noch auf dem Boden gefallen und umgefallen, weil sie einfach alles rausgelassen haben. Und ja, total geil. Also das war wirklich ein unfassbares Erlebnis. Das Stadion spürt das, wenn du 100 Prozent gibst, wenn du dein Leben auf dem Platz lässt, wenn du jeden Schweißtropfen da auf das Gras tropfen lässt. Das spüren die Leute hier. Und ich glaube, damals war das auch einfach so, dass wir eine geile Truppe hatten, dass wir ineinander auch stimmig waren, dass wir immer an uns geglaubt haben, dass wir die Bochumer Tugenden einfach immer auf den Platz gebracht haben. Und ja, so verläuft dann auch so ein Spiel und du kämpfst dann und rennst und musst dann auch schwierige Phasen überstehen. Damals, glaube ich, in der zweiten Halbzeit hat Schalke gedrückt ohne Ende. Wir haben uns da aufgerieben in jeden Zweikampf reingeschmissen. Es sind nur noch drei Punkte. Die Schalker wollen ran, wir wollen weg und Derby. Fußball ist einfach die Massensportart Nummer eins und jeder guckt das. Also das Gefühl habe ich und jeder Bochumer Fieber da drauf hin. Und ja, Samstag 15.30 Uhr, Schalke. Was willst du mehr? Ja. 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 Ja.